Sushi auf die Hand im Schweizer Skatepark, statt im Olympischen Dorf mit den anderen Athleten. Lilly Stöfasius bereitet sich auf ihre Art auf die kommenden Spiele vor. Die Verschiebung war natürlich ein Schock, auf dem Weg zur vermeintlich 1. Medaille. Im 1. Moment war es so, ach, schon ein bisschen blöd. Aber es gibt wirklich Athleten, die es schlimmer trifft. Ich bin da nächstes Jahr einfach noch mal besser. Ich kann jetzt noch mehr trainieren. Wenn ich älter bin, kann ich vielleicht auch mehr mit der Situation umgehen. Lilly wäre mit ihren 13 Jahren die jüngste deutsche Starterin aller Zeiten gewesen. Beim Skateboard-Wettbewerb gibt es keine Altersbeschränkungen. Auf dem Board ist sie aber schon ein ziemlich alter Hase. Die deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin und WM-Dritte fährt schon als Kleinkind auf dem Brett mit 4 Rädern. Mit gerade mal 11 Monaten steht sie das erste Mal auf einem Skateboard. Meine erste Erinnerung ist so, als ich 5 war, als wir in Kalifornien waren. Und ich denke schon, dass man Vorteile hat, wenn man ein Junges beim Skateboard fahren, weil du keine Angst hast und dein motorisches Lernalter einfach, das ist einfach der beste Zeitpunkt für dich. Trainiert wird Lilly von ihrem Vater Oliver, der selbst aktiver Skateboarder ist. Er achtet darauf, dass Tochter Lilly einfach nur ihren Bewegungsdrang auslebt und fördert, was sie ohnehin an Talent mitbringt. Einerseits ist sie sehr ehrgeizig, sehr trainingsfleißig. Aber sie hat sicherlich auch ein Bewegungstalent, das braucht man dazu auch. Und sie hat eben auch den Mut, um das überhaupt zu machen. Jetzt schen wir noch mehr die Beine an, dass du es noch näher am Körper hast. Skaten ist eine gefährliche Sportart. Stürze gehören zum Training und Wettkampf. Lillys britische Konkurrentin, Sky Brown, stürzte kürzlich aus 5 Metern Höhe beim Sprung von Rampe zu Rampe und hatte lebensgefährliche Kopfverletzungen. Mein erster Gedanke war so, oh Gott, wie schlimm, sowas will einem wirklich nicht selber passieren. Ich dachte am Anfang, dass ich nach dem Sturz irgendwie große Angst haben werde. Das war aber dann tatsächlich gar nicht so, sondern ich bin genauso eigentlich weitergefahren. Lilly ist eben auch wirklich jemand, der sehr gut weiß, was sie kann und was sie nicht kann. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, mach mal das und das, würde sie gar nicht machen. Dann würde sie sagen, nee, traue ich mich nicht. Und da hat sie eben ein sehr feines Gefühl selber schon entwickelt. Ihre Trainingsstätten sind aktuell in der Schweiz, Holland und Norwegen. Die Wettbewerbe fanden vor Corona in Brasilien, den USA und China statt. Trainiert wird viermal in der Woche. Für die Gymnasiastin eine enorme zeitliche Herausforderung, neben Schule und Privatleben. Wenn ich fünf Tage auf einer Contest-Reise bin, dann schicken mir meine Freunde halt über WhatsApp oder so, die Sachen, die wir gemacht haben. Ich lese mich schon mal ein bisschen durch. Ansonsten sitze ich halt dann mal ein, zwei Nachmittage ein bisschen mehr am Schreibtisch und holte es dann wieder auf. Eigentlich wollte Lilly jetzt schon im Flieger nach Tokio sitzen. Nun heißt es noch ein Jahr warten. Der Teenager ist auf dem Sprung zu den Olympischen Spielen und vielleicht springt sie auch gleich aufs Siegertreppchen. Ich möchte einfach unbedingt dahin Spaß haben und daran denken, ein Glück bin ich hier und ich denke eigentlich, dass ich damit auf dem bestimmten Weg bin. Bis dahin versucht sie den Sprung zu schaffen zwischen Kindheit und Sportkarriere, zwischen Erfolgsdruck und Spaß. Untertitelung im Auftrag des ZDfungs Vielen Dank.